im video zu gt online ich starte heute das erstmal geht ihr online seit das neue update draußen ist das tuner update und da schaue ich mit euch jetzt mal rein schauen was sich jetzt abgeben seit das update draußen ist das tuner das update weil ich habe kein kicker mehr gespielt also von dem her mal schauen ich bin mir zu holen gekommen das ist ein guter fein hast du schon jetzt kann nicht gewöhnt die ganze Stadt redet davon was du interessierst findest ich hoffe es nur nicht dass so es wird das blöd so passieren aber wir haben kein Ok, wo muss ich hin? Was ist das? Autoregstatt? Ah, das ja auch heißen wohl. Ok, wo zum Teufel ist das? 2000 Jahre später Na ja, da kommen wir zwei Jahre nach oben. Was ist das? Ich kann doch nicht mehr. Ach, ich bin zu kurz auszeichnen. Ja, nice. Da gehen wir zwei dazu. Warum bekomme ich jetzt da auszeichnen? Also, schau. Hey, what the fuck? Okay, lass dich auch beginnen. Mal schau. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was jetzt abgeht. Hey, hey, fuck up. I'm sorry. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Halt, schau. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was jetzt abgeht. Untertitelung. BR 2018 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 Und dann ist es jemanden zu runnen. Du bist für's, Hau? Oh, ich habe das Ticket letzte Woche. Ich habe das nicht versucht, meine Llicense zu verlieren. Hey, was du, King? Du musst mit den Leuten gehen? Du hast einen Licks? Das ist nur dein Ding. Oh, shit. Someone ist mit dem Schmuck. Ich habe das für die Feeds. Hey, geh auf. Enjoy yourself. Wenn du willst, ich bin hier. Wenn du mit den Leuten gehst, gehst du einen Auto-Shop. Okay, geh. Eiei! Wenn wir dann wieder etwas kaufen müssen, dann muss ich mich eher auf den Nachtclub kaufen! Was ist das gerade? Ist nicht falsch, ich bin da nicht. Wirkstatt? Ja, das sieht schon besser aus! Ah, okay, okay, hallo. Okay, wir nehmen den Visio erstalt. Oh, ja. Autolift? Ja, lol, ne? 3,8 Millionen gehen raus. Ich schließe es dahinten. Ich habe mich schon in der Dainé-Mobil einzuhalten. Oh, ja, schon. Okay. Ich bin auch ausdrücklich. Ich habe alles geschlossen. Ja, gut. Das ist nur Essen. Essen fahren. Fahrzeug kaufen. What? Das ist nicht dran, ne? Jo, Moment. Okay, jetzt schaue ich mich hier... ...dennichtige Zugang zu. Nein, das ist nicht dran. Ich schaue mir mal. Aber jetzt geht es weiter. Okay, wir brauchen die Donald Rows. Oh, shit, this'll do. I could do my thing in here. Where's our partner at? I don't know. We should make ourselves at all, baby. Shit. Come here, girl. I need to take all this shit off. You a bad motherfucker. You a bad motherfucker. Give me that. Bring that ass over here. Shit, got me all still. You motherfuckers been there the whole time? Oh, shit, you're here. We'll finish this a little later, baby. Come on, let's go and take care of this bitch. Let's get a look at you. You were with Mimi, right? At the car meet. You don't look like much of a driver to me. You heard what she said? You look like a hoe. Just kidding, baby. I've seen this girl turn a tired V6 into a red-hot killer, baby. And I don't even want to tell you what she did to this inline-eight. She also knows people. And if she says she don't like what the fuck she see, I'm sorry, motherfucker. But y'all gonna have to show us something special, you dig? It just so happens I got something you can help me with. One time took my pink slip. They got my car. The same one you saw us in at the meet. Get it out the impound lot and bring it back here. If you is what you say you is, it should be it. If it ain't, this little bin of... It's over before you even get started. Don't be in this, bitch. Wasting my motherfucking time. We'll see you back here. Don't be too quick. Baby girl got some body work to do. Oh, do I now? Oh, baby, bring that to me. But I only use it for very special occasions. Das kann ja noch lustig werden, aber ich glaube das war's für die Folge vom Tumen-Update. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao!